und zurück um letzter Part einfach nur fällt weil ich so aufnehmen musste und da kann ich nicht geschehen steuern ich hab's mir jetzt irgendwie überlegt das so zu machen das ist nicht so sieht weil einig zu zerstören interessiert wir nehmen Luigi mit dem Flitzer die Werte hier Fokus komme also ja das sag ich ganz gut der Flitzer mit dem habe ich auch den letzten Charakter vergeschaltet weil der war richtig schwer dann die Aufnahmeposition ist besser und ich hoffe wir kriegen hier in dem Cup im Panzer Cup einen Stern ja ja und manchen Tegel Zippler ja Zielplatz hatte ich da das letzte Mal Volume hoch und auf geht's naja, der Drift ist kacke Boah, jawohl, jawohl Achso Ich krieg jetzt so ein Scheiß-Item naja es ging es kommt jeden, also das Mario KDS kommt jeden Tag in den Sommerferien, also so dann so 18 Tage gehen ey, ich habe auch noch einen Stern aktiviert nach Freitag nach Freitag auf jeden Fall die enge Strecke wie gesagt es ist schwer denn und nicht aber Ja, ich habe auch noch einen diese Abfüllung ist echt kacke weil man immer darauf schauen will auf die Kamera ob das drauf ist alles und dann naja ich achte mal jetzt wenig auf die Kamera weil es sieht eigentlich schon ganz ordentlich aus ja danke ich bin dritter jetzt bin ich erster jetzt ist gar nichts und natürlich war da kein item ich dritte mich das ist ja schon die letzte Runde bitte die ganze Zeit ok verschissen ja was wird nein nein ich ich war auch zu weit ja ja mit dem habe ich nicht so ich kann sie immer versichern ob wir jetzt erster werden peinlich ey ja naja wie gesagt das ist schwer jetzt ist auf meine Position ich hab doch items voll man das gibt ja nicht so scheiße nein nein aber irgendwie trifft der rutscht irgendwie so komisch der Luigi die ich weiß nicht warum das nichts wird nicht so schwer zu schieben nicht nicht ich habe schon da kein Bock auf dieses letztes Spiel du holst mich nicht ein Oh, ich bin sogar Dritter in der Gesamtwertung Schaut mal Ich kann auch ganz Erster werden oder Zweiter Faktor-Kinder Das ist die letzte Ach, ist mir scheißegal Ey, warum sind die schneller als ich? Ey, ich rieck mich jetzt auf So, friss mal die Scheiße hier Ey, die sind aber echt schnell Ja Ja Danke Und jetzt kommt wieder Dritter Da war auch nicht getroffen Der R.O.B Der R.O.B Ich glaube auch schon Nein, keine Ahnung Was? Warum? Ich hatte drei Bananen Die behalte ich jetzt Und weh, ich werde jetzt Zweiter Dann rast ich los Und weh, ich werde jetzt Zweiter, dann rast ich los E oder E-Platz Ich tippe auf E E-Platz ist ja gut Scheiße Ja Kurzer Part Aber, naja Was soll's Äh, es geht dann gleich weiter Mit Part 3 Ciao Das ist ja electrical Ja Ja minister Vielen Dank.